Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Nach langer Zeit mal wieder habe ich mich beschlossen, nee, oh Alter, ist das dunkel. Okay, das liegt wahrscheinlich schon im Spiel. Natürlich wieder mit Hope, ja, mit der Frieda. Der gute alte Frieda. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel immer mehr zu dunkel ist gerade. Oh, das ist bei dir auch dunkel. Ich stelle auch Maximum auf Helligkeit. Mensch, ja, was ist auf Maximum Helligkeit? Ist es ja auch, ja. Ich glaube, seit langem geht der Fernseh zurück runter, aber es ist ja nicht das Schlimme. Es kommt bald ein neuer. Soll ich mal kurz einen Screenshot schicken? Ja, mach mal einen Screenshot. Zum Vergleich. Ich gehe mal hier raus. So. Ja, ich mache schon mal nochmal kurz eine Aufnahme. Ey, blöde. Ah, die blöde Kuh, Alter. Alter, komm mal weg da. Ah, hab schon die komischen Dinge. Ich sende mal kurz. So, ich mache kurz eine Aufnahmepause. Ja, ich gehe jetzt weiter. Ich schreibe mir kurz das Screenshot an. Durch. So, da sind wir wieder. Hat sich schon geklärt. Also, es ist tatsächlich so, dass es hier dunkel sein soll. Und wir gehen weiter. Okay. So. Aber das willst du jetzt, dass ich vorgehe, oder? Ja, natürlich. Ah, okay, gut. Dann gehe ich noch hier vor. Oh. Oh, wie wenig Schaden ich mache. Wollen wir mal ein bisschen rumlaufen? Ein bisschen was abgrasen? Oder willst du einfach nur schnell durch? Was? Ah, die gute Mildred. Wilde. Die alte Mildred. Wilde. Die Mildred. Die Mildred. Da weg mit diesen Dingern. Was ist denn mit dem Lust? Ja, komm. Warte, ey, ey. Ist die nackt? Läuft. Läuft. Äh. Äh, zu früh. Das ist, weil du gebackstabt hast. Na komm, mach du die mal fertig. Ja, warte, ich mach das schon. Oh, ich hab's mal geklappt, ey. Wuhu. Ja, was ist das denn? Ach, hier ist ja noch so ein... Boah, ich hasse diese ekelhaften Mücken, ne? Oh, ja. Ist von dir irgendwie immer wieder neu? Ne. Aber es gibt hier sehr viele von den Viechern. Ey, der scheint Menschlichkeit erhalten. Ja, wenn du ein NPC... Äh, ein NPC. Wenn du... Ein Invader, also ein... Oh, wie heißt der denn immer hier? Finstergeist? Finstergeist. Genau. Wenn du Finstergeist gehst, da kriegst du immer. Menschlichkeit. Aber bei Dark Souls 3 genauso. Naja, äh... Also Blut hast du da bekommen. Achso, na gut, das macht Sinn. Das ist auf jeden Fall was, das wir schon haben. Oh, ich hab ein schlechter Messer bekommen. Kann ich das benutzen? Ein schlechter Messer? Ja, musst du mal gucken, ob deine Werte... Nee, zu schwach. Muaah. Warst du denn stärker, oder? Ich kann schon mal kurz gucken. Aber wie sieht man es mal? Ne, schade nicht. Anzeige? Ne. Doch. Nee. Stärke. Wie viel hast du und wie viel brauchst du? 20 und 24 brauche ich. Ja, dann nimmst du beide Hände, dann kannst du es benutzen. Okay. Aber hast du denn noch keine Waffe aufgebessert? Doch, aber... Ich kann die Katana halten und das komische Schwert. Oh, ich hab Hüllen... Achso. Hat es schon gehabt. Warte mal, guck mal, kannst du das hier nehmen? Versuch mal. Siehst du hier ein Schwert? Ne. Oh, schätze. Versuch mal noch mal ein anderes. Das hier? Jetzt? Da bist du gestochen. Ne. Ich hab keine Schwerte auch irgendwie. Das sind ja nicht Bosswaffen, oder? Ne, das sind keine Bosswaffen, aber die sind auf Maximum. Hab ich... Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich eins hab, was... Ich nehm mal das Langschwert, weil das Langschwert war bis jetzt für mich immer noch... Guck mal hier bitte. Ah. Ob du jetzt was siehst. Ne. Auch nicht. Ne, aber es ist ja da was. Vielleicht ist das so, ich glaub bei Dark Souls 3 war es, glaub ich, so, dass du... ...selber bis zu der Stufe verbessert haben musstest. 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 Boah, wie ist das bei mir? Oh, das ist ein Gegner. Ich hab's ja ein Item. Ja, das ist ein Item. Die Blutekel, ich sag' wieder. Ja, die sind richtig ekelhaft. Ja, auch im Real-Ein. Aber die können Scherben geben. Ich glaub' kleine und grüne. Okay, die sind so lange sind die meine... ...Dinger weg. Ja, ich geb dir ja welche, wenn du brauchst. Ja. Obwohl, hier waren wir schon noch nicht. Ich weiß nicht, sind wir überall gewesen? Ich glaube nicht. Ne, ne, wir sind doch runtergekommen. Und dann sind wir direkt zum Leuchtfeuer gegangen. Guck du dich um. Ich geh nur, gib nur die Richtung vor. Aber du musst halt gucken, ob rechts und links was liegt. Weil ich kann das ja nicht sehen. Ja, ich glaube. Ich glaube, da wohnt doch einer. Siehst du den Geist auch? Das ist einer am Zaubern. Ne. Sehr viel die Würmer, Zauber am Verschwenden. Na, sehr gut. Aber glaub mir, ich glaube, wenn ich das Dark Souls Dings da spielen würde, ne, allein. Das wird irgendwas mit 100 Folgen. Und das würde ich auch den Leuten, die das vielleicht mal sehen werden. Warte mal. Alter, ist das wirklich krass dunkel. Wenn der Aufnahm ist, ist das nicht so dunkel, glaube ich. Hier hast du noch 20. Da hat das Schwein gepfiffen. Ich weiß auch, bei Pizzi waren die Folgen immer so, also deren Folgen waren immer so lang. Also deren Playlist war zu lang. Aber gut, die haben auch Dark Souls von Anfang an gespielt, ne, mit scheiß Auslösen. Bist du ein Fettroller? Ne. Roll mal. Das ist Fettrolle, oder? Ne. Geh mal auf dein Gewicht. Geh mal bitte auf Status. Ja. Und dann in der Mitte das dritte von oben, also Belastung. 26,3 von 60 steht da. 46,3 von 60? 26,3. Von 60. Okay. Roll nochmal. Ah, okay, nee, das ist mittler Roller. Ja. Okay. War das da so fett aus? So fettig. Vielleicht hat mir gerade so fett aus, ja. So fettig. Aber ich habe auch ein Estos bekommen. Estos, Flakon. Da hinten ist was. Sehe ich es. Das sieht man ja. Da ist es nicht. Alter, ihr kackblutige. Ah. Weißt du, ich frage mich wirklich, also das ist jetzt kein Spaß, ne? Ja. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Tja, aber so. Das ging sehr schnell. Ich war gerade so abgelenkt von meinem Satz, den ich da, also von meiner Frage, die ich da stellen wollte, dass ich den Überblick auf mein Leben verloren habe. Gut, dann nutze ich mal Menschlichkeit. Ja, das kann ich ja immer noch die Frage stellen. Sein oder nicht sein? Nee, ähm. Was war denn? Ah, warte. Ah, nee, ich muss das, ähm, leuchten, aber dann ist eine Ausbildung umkehren. Das ist kein, achso, ich muss das als Menschlichkeit verwenden. Oh Gott, ist das kompliziert. Ähm, ich meine, jetzt zog ich das ja mit dir, ne? Ja. Und. Es ist jetzt nicht so gerade schwer, sage ich mal, ne? Und die Bosse gehen halt auch schnell. Aber ich frage mich, wie man von Anfang an Dark Souls spielen kann, mit solchen Waffen, gegen solche Bosse, allein. Ähm, du wertest ja die Waffen auf. Ja, ja, das ist schon. Hast du noch aufgewertet, diese Waffe? Ja, ja, ich habe ich ja, das schwertreich gerade, aber. Ist plus drei. Auf welcher Stufe war das denn? Äh, das ist jetzt gerade plus drei. Aber. Warte mal, ich glaube, da wo du jetzt bist, da könntest du eigentlich auch schon wenigstens plus fünf haben. Ich meine, dann brauchst du die große Blut, dann kannst du es auf plus zehn machen. Ich weiß nicht, hast du eine große Blut eingesammelt? Guck mal bei dir, geh mal, äh, dann das linke Gegenstände und dann zweimal nach rechts, da wo der Schlüssel ist. Siehst du da irgendwas? Große Blut habe ich ja. Ja. Wenn du die abgibst, dann kannst du eine Waffe auf plus zehn machen. Das heißt, du könntest jetzt theoretisch schon eine Waffe auf plus zehn bringen. Ja, aber erst mal, wenn ich mir den Seelen zurückkomme. Das waren 60.000. Ja, weil du kannst, siehst ja, wenn du nochmal auf Touchpad gehst und dann ganz links Gegenstände und einmal nach rechts, da hast du die, äh, die Ressourcen, also Steine und sowas. Dann müssen wir mal gucken, ob du eine große Scherbe hast. Da steht nämlich verstärkt, Standardwaffe plus zehn. Das heißt, du könntest jetzt eine Waffe auf plus zehn haben, wenn du... Eine große Scherbe? Wo wartest du? Da noch suchen würdest. Touchpad, dann ganz links, da wo der Estus ist, halt für Gegenstände. Und dann einmal nach rechts für, das heißt, Ressourcen. Da steht aber nichts. Kleine Scherbe, große Scherbe. Ja, große Scherbe. Da steht ja plus zehn, Standardwaffen plus zehn. Ja. Und die kannst du erfahren. Ich weiß nicht, ob du die großen Scherben hier kriegst. Ich meine, du kannst sie aber kaufen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, das ist mir hier, Alter, ein Fehler. Da liegt er immer noch. Ach, nee, das ist wieder so ein Fehler. So, du bist gestorben. Wollen wir deine Seelen holen? Ja, ne? Ja. Nee, ich lasse sie da liegen heute. Ich weiß ja nicht, wie viele es waren. Vielleicht lohnt es sich nicht. Naja, das waren 60.000. Das waren auf jeden Fall 60.000. Aber die Items, die Gau, oh my God. Die Items liegen da immer noch irgendwie. Ja, jetzt sind es andere, Alter. Oh, die Scheißviecher hier. Wenn das ein, weil da hinten liegt... Achso, nee, da hinten waren wir ja nicht gewesen. Ist er toll? Ah, lol, Alter. Was hat sich wie verpackt? Ja, ich gehe schon mal rüber. Ich meine, mich zu erinnern, dass du das in der Originalversion nicht hattest. Naja. Das weiß ich auch immer direkt. Also, nicht mit Estus, ich weiß, was ich meine. Ja. Komm, dann machen wir die Gegner mal nochmal platt, weil die geben... Eigentlich können die gut Ressourcen geben. Scherben. Oh, dann sind wir nochmal diese komischen Viecher, die kommen. Aber... Da kann ich nochmal sagen, was heute bei Edeka passiert ist. Und zwar... Habe ich beschlossen, dass... In Anführungszeichen beschlossen. Also, habe ich gesagt... So... Der Person, den Namen ich jetzt nicht erwähnen will, ne? Dass die Person morgen kommen kann. Und dann habe ich... Von der Person... Also, die Person hat mir halt mal erzählt, dass sie... Schon mal... Vegane... Chicken Wings probieren will, halt, ne? Die sollen wohl was hoher sein. Vegan oder vegetarische? Veganer. Okay. Und dann habe ich das natürlich heute bei Edeka geholt. Dann habe ich das ihr dann gesagt, damit sie... Okay, das ist sie, ne? Aber trotzdem, da meinte die Person halt so... Ja, Moment. Veganer? Ne? Und ich so... Ne, die mit Fleisch. Natürlich die Veganer halt, ne? So, weißt du? Also, hier... Sie ist ja Veganer, aber weißt du? Aber... Die Frage allein schon dieses... Was? Moment, Veganer? Weißt du? Also, wenn ich sage, so... Ja, ne, ich habe die mit Fleisch geholt, finde ich, weißt du? Ja, vielleicht wollte er auch nur, weil ich war mir jetzt gerade auch nicht sicher, ob du vegan oder vegetarisch meinst. Ne, ne, vegetarisch ist die Person ja auch. Ach so. Aber, äh... Hauptsache, ich wollte jetzt mal veganes probieren. Ne, ne, hauptsache, ich eigentlich vegan, aber... Ihr Cheat-Day macht's ja auch mal vegetarisch halt, ne? Anführungszeichen. Und, ähm... Die dachte, ich will so richtige Chicken Wings. Oh mein Gott, das sind sehr viele, aber gut. Ich nehme meine Seelen zurück hier, bevor... Die hier euch zerfetzen. So. Da hinten ist auf jeden Fall was. Sieht auf, wie sie sehen. Seht ihr noch was? Ne. Okay, ich... Wand. Ja, mein, das ist voll schnell vergiftet. Das ist so übel, ne? Ja, lass die alle kommen. Oh, wo ist Scherbe? Ja, siehst du, hast schon mal eine Scherbe. Oh mein Gott. Nimm dein Schild. Du hast doch ein Schild, oder? Ja, ich habe die... Ja... Oh, jetzt habe ich mir... Jetzt habe ich die Waffe weggelegt. Oh, ne? Ist das noch einmal in meinem Leben? Ne. Grüne Scherbe. Ja. Die sind, glaube ich, für Basswaffen, oder? Boah, ich weiß gar nicht. Das heißt, ja... Ich habe vorhin eventuell auch vielleicht ein paar verpasst, weil, ähm... Das sieht man ja so schlecht, ey. Ja, du musst manchmal gegen die laufen. Ja. Aber die sind so ekelhaft, die will man ja auch nicht berühren, die Viecher. Ne, aber ich bin so gewohnt, dass die Dinger so, äh... Weiß-bläulig sind halt, ne? Mhm. Sind die auch, aber die scheiß Viecher, die sind ja auch voll am Glänzen. Ja. Soll ich... Gibt da noch was? Äh, ein Ding auch was. Ja. Schneider. Okay. Ist das ein Messer? Schneider, ich glaube... Ich glaube, das ist ein kleines Sperr hat. Ich habe noch... Zwölf lila Moskunden, ne? Warte, ich gucke mal kurz, was ich schneide kann. Ja, ich habe noch 52. Oh. So, Schneider. Ja. Du musst du schocken! Jetzt brauchst du sie eh nicht ausrüsten. Echt? Ja. Ach so, so ein Ding ist es. Ich habe jetzt irgendwie an... ...ein anderes Schwert gedacht. Ja, ich habe auch... ...kurze Schwert, wie ich habe, oder noch, noch kleiner, aber... Ich habe gedacht, dass es in Deutsch wäre, ne? Ich weiß noch anders. Ei. Ne, das nicht, aber... Ja. Au, au, au. Nicht schon wieder vergessen. Okay, dann gehen wir hier, ne? Oh, wow, 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 wow. Boah, ich hasse das, hier, ne? Alter. Ich habe das Gefühl, ich sollte das nur verwenden, wenn ich wirklich weg von diesem Mosk-Ding da bin. Ja, also wenn es voll ist, würde ich es nur benutzen. Ja, ja, du machst ja auch manchmal, wenn ich da drin stehe. Ich gehe jetzt mal kurz weg, dann setze ich gleich mein Zeichen hier wieder. Du gehst einfach weiter bis zum nächsten Leuchtfeuer. Dann machst du es an, dann kannst du ja kurz dich wieder auffüllen, wenn du willst. Und dann kommst du wieder zurück nach hier und dann setze ich hier mein Zeichen. Hier meinst du? Ja, also du gehst jetzt hier durch, bei mir ist hier ein Nebel. Hier gehst du durch, immer weiter und dann ist da irgendwann Leuchtfeuer. Dann machst du das Leuchtfeuer an, setze dich kurz ran und dann kommst du wieder zurück und ich lege hier mein Zeichen. Das ist einfach nur, dass du das Leuchtfeuer schon mal hast. Und dann machst du, immer mehr los cabinets. Das ist einfach nur, dass du es für das Leuchtfeuerendre. Vielen Dank.